Die Gewinne waren... Ja! Ja! Wow! Natürlich unbeschreiblich. Anja hat mir vier SMS geschrieben. Vier! Ich war Diplom am Aufstellen. Mein Diplom. Und dann hab ich gedacht, vier SMS zur gleichen Zeit. Sag immer Anja Mörs, Anja Mörs, Anja Mörs. Nein, das erste war, wie geht es dir? Kam nichts zurück. Und ich war so... Sag schon, wie geht es dir? Das war das zweite. Und dann kam nichts zurück. Ich wurde immer nervöser und so. In der Zwischenzeit hab ich es irgendwie da und dort gesagt. Das dritte war irgendwie... Also, mir geht es gut. Kam nichts zurück. Ich dachte, Silvia ist sonst immer so extrem schnell überall und so. Und dann das vierte so... Also, mir geht es... Jetzt geht es super gut. Super gut und so. Und dann kam das Telefon von hinten. Da hab ich gedacht, da ist doch die Kacke am Dampfen. Ah, muss ich mal anrufen. Super toll. Wir freuen uns riesig. Ja, ja, ja. Und wir waren da auf dieser Kunstwette.ch Ding. Da waren wir ziemlich schlecht dran. Muss man auch noch erwähnen. Das wird sich nächstes Jahr ändern. Das muss sich ändern. Also, alle, die das jetzt sehen, die wissen jetzt Bescheid. Studio Action. Wir mischen die Karten immer neu auf. Immer. Wir sind bekannt dafür.